Wie viel Promille Restalkohol ist noch da? Ich hoffe jetzt nichts mehr. Aber es war ein schönes Wochenende, die Meisterschaft mit den Young Boys gefeiert. Lange gefeiert, noch nicht viel geschlafen. Aber ich hoffe, man sieht es nicht zu viel. Sie haben mich lange beobachtet, immer gutes Feedback gegeben, gute Gespräche, sehr nette Leute. Das Gesamtpaket war wirklich sehr schön, sehr gut und ich freue mich wirklich darauf, Gas zu geben hier. Es war sehr aufregend, es war sehr spannend und das Stadion gesehen, sehr schön. Und jetzt die Checks durch und ich freue mich wirklich hier zu sein. Aggressiv Leader, sehr motiviert, intensiv in meinen Zweikämpfen, das ist was mich auszeichnet. Und ja, immer gerne in Duellen, Zweikämpfen und ein lauter Spieler würde ich sagen. Weil ich vermählen würde es würde diese Checks durchführen. Deutsche zu sein. Und das ist eine Begriff, die wir jetzt haben. Ich habe das eine Begriff, das ist richtig viel.